Hier ist der Ruhepool vom Hotel. Ganz tolle Anlage, schöne Türmchen. Und wir haben noch um 17 oder 13, 38 oder 37 Grad. Und das ist ein Traum. Hier am Ruhepool haben wir direkt einen kleinen Snack. Hier gibt es eine Bar. Da kann man sich einen Cocktail holen. Da ist ein Pränkel. Das ist super schön. Da haben wir gerade Kaffee getrunken. Hinten dran ist die Toilette. Und hier muss man einfach nicht weit. Unser Hotel ist hier gegenüber. Und wir können hier alles nutzen. Und hier sind ein paar Dohlen. Die sind zahm. Die laufen hier schön rum, die Dohlen. Hallo, ich bin der Hubert. Ich zeige euch das alles. Wie immer unten auf Gefällt mir drücken, dass ihr auch die weiteren Videos seht. Bis bald. Die ganze Anlage werden wir morgen dann aufnehmen. Und dann seht ihr auch die weiteren Videos. Bis dann, tschüss.